Jo Leute und damit Willkommen wieder zurück zu das Beklopptprojekt mit Fleisch! Bratwurst mit Centus! Ja, Schokolade! Viertelreise... Was? Ich muss Komposter machen. Hey, was denn jetzt hier? Ja, wir haben so ein bisschen was jetzt offscreen noch gebastelt. Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Okay. Wir haben nichts vorbereitet. Wir haben gar nichts gemacht. Diese Aufnahme läuft nach der anderen Aufnahme, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Nicht. Ja. Ne, wir haben schon einen Tag später wieder. Ja. Aber nur einen Tag. Weil Centus unbedingt noch ein bisschen aufnehmen wollte. Du hast mich gefragt. Ja, haußerweise heute mal. wie bö slowsspoiler kannste nicht sagen dass drei öfungen brauch dafür nö warum löfft hier keine musik hovoorbeeld jetzt aber cool boi mein app s&k wenn das so ein bisschen tend Sailor wie wheeler weil der eine komische Pipes da mucken machen nein die sind ausgeschaltet Obwohl, weil ich hab auch so schwache FPS gerade, komischerweise. Pass auf, gleich wieder Serverabsturz. Wie sonst auch immer. Das geht aber. Ja. Gebt ja auch. Weil Centus hat mich ja gezwungen, eine Anlage zu bauen, wo man Gyserlkuchen macht. Ja, ich hab dich gezwungen. Ja, ja. Der ist schlimm, der Junge. Tu mir die auch, Flash. Hm, ich weiß, danke. Nein, wir bauen jetzt eine Kuchenanlage. Aus Jux und Dollerei. Ja. Hör wieder zu. Wir haben Spaß, wir haben Spaß. Wir geben Gas, wir geben Gas. Und steckst dich den Finger in den Arsch. Oh, Junge, Alter. Weißt du, immer, du fängst immer die ersten 10 Minuten mit irgendeinem Fäkalwort an. Und dabei bin ich noch. Ich glaub, du magst mich. Nee, ich mag dich nicht. Deswegen mach ich das auch. Sag mir doch, dass ich einen Ranger brauche noch. Wofür? Slut Spoiler. Äh, damit die Kühe Milch geben. Vielleicht. Keine Ahnung. Wo hab ich das Drecks-Ding denn? Ich weiß es nicht. Äh. Äh, vielleicht in den anderen Bags drin. Ich auch, was man suchen muss. Äh? Äh, muss der auch mit Strom laufen? Das ist ja natürlich blöd. Du, 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 du. Da nicht. Kriegt der Strom her? Da auch nicht. Oh. Hm. Jetzt hab ich mir wieder Gravel abgebaut. Ich blöder Idiot. Ja, das bist du wirklich, das stimmt. Schluch. Der beleidigt mich immer. Das kannst du doch nicht machen. Du bist doch ein seltsesalz. Du bist ein blöder Idiot. In der Hinsicht, das ist jetzt nicht so ganz stimmend, aber... Du musst ja wieder meine ganze Zukunft und mein ganzes Bildwesen vor mir immer zerstören. Ja. Du mobst mich ja nur. Hm. Das muss ich den ganzen Tag mit dem ertragen. Ja. Sag mal, hä, was produziert der denn jetzt hier? Ach, der muss... Den ganzen Tag mit mir ertragen, ist klar, Flash. Ja. Das ist schlimm mit dem. Das kann man mit dem gar nicht aushalten. Der mobbt ein. Der quält ein. Der schmeißt mit Fäkalien um sich. Ja. Vielleicht hätte ich auch mal meinen PC neu starten müssen. Warum? Hm. Nö. Jetzt nicht mehr. Nö, nö. Jetzt hast du Pech gehabt. Wo hab ich denn den Minimstone hingetan? Weiß ich nicht. Ähm. Vielleicht in deinen. Allerwertesten? Nee. Jetzt vielleicht in deinen Allerwertesten? Nein. Okay. Nein. Nein. Sonst noch nichts gesagt? Oder du hast gedacht was. Nein. Doch. Nein. Items sind da unten. So, jetzt bräuchte ich den Ranger, dann kann ich ihn nicht. Ich hab' auch eine Mühe mit. Und eine Schere. Und eine Schere. Du sag mal, ich brauch einen Eimer und eine Schere. Hast du einen Eimer und eine Schere? Nö, hab ich nicht. Zentro, hast du einen Eimer und eine Schere? Ach komm, hau ab. Und zwei Scheren brauch ich, glaub ich, die waren das auch. Ich brauch'n. Ich brauch'n. Din, 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 din. Din, 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 din. Autsch. Was hast du gemacht? Das ist ein Baskulett. Oh. Ach komm, heul nicht rum, das ist noch einfacher als diese Bosch-Spinne. Die viel besser war, fand ich. Soll ich mal noch so eines spawnen lassen? Kommt der hier mit einmal raus? Ist das hier so dunkel drin, oder was? Ey, geh doch mal da durch. Hast du umgestellt, dass es auch wieder Nacht wird? Ja, ich hab' nichts umgestellt, du? Okay, ich hab' auch nichts umgestellt. Scheiße. Dann mach das mal. Okay. Wir gehen dazu in den Cheat-Mode und stellen alles auf, sogar Regen an, damit es bei Centros wieder schneit. Ja. Und damit bei Centros wieder ein Komet einkracht. Hab' ich ja noch. Ja. Der Komet von gestern, der war lustig. Diesmal passiert das nicht. Und gleich wieder, Warnung, er lockiert die Komet. Ja, nee, diesmal kann das nicht passieren. Bist du dir hundertprozentig sicher? Ja, wobei ich ringsherum alles um den Schottschillern ausgebaut hab. Bist du dir sicher? Ja. Wir haben beide das gleiche Tool, wir können beide so'n Ding spawnen lassen. Hab' das Tool nicht. Was, kannst du kein'n spawnen lassen? Nee. Oh. Wenn du es mal alle kommen, glaube ich eher, ja. Oder nicht? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich muss jetzt, glaube ich, auf den drauf. Oh, mein guten Stein, den ich angemalt wieder habe. Mein Sprühschein. Die amanten Dinger brauch' ich nicht mehr. Mach' ich mir noch ein paar Eisen-Chip-Sets. So. Jetzt wird die Kucke mal. Okay, irgendwas passt hier gar nicht. Hallo Sandführer. Bin froh, dass sie mir nix tut. Wie mach' ich die denn nochmal? Ach ja. Mit Diamond Pipes und goldenen Chipsets und Redstone Pipes. Ach, da oben pipet er das, hä? Irgendwas ist, achso, da müsste ich hin. Nee, das passt mir doch. Das gefällt mir gar nicht hier. Junge. Musst du immer sowas machen? Ja. In der Aufnahme. Und die Leute halten für dich ein bisschen so, weißt du, so. Nih, nih, nih. Ja, war nicht gerülpst eben. Achso, das war jetzt ein Rülpser. Ne, ich hab nicht gerülpst, hab ich gesagt. Bei dir weiß man's eh nie. So, so ein Schluck auf eben. Achso, so hört sich bei dir ein Schluck auf. Aha. Aha, Zendos. Ja, Mädel. Mädel, Mädel. Okay, Omi. Musst du ruhig, Mädel. Alles klar, Omi. Honnidik, unto you. So, das passt, das passt, das bist. Wenn wir ein bisschen Licht reinbringen, sonst bohrt mir das. Und gleich überall ist voll hier. Ja, okay. Jetzt wird alles gut. Bei dir. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ganz sicher bin ich jetzt nicht. Aber vielleicht. Vielleicht wird alles besser bei dir. Oh, nur vielleicht. Alter, schon leichte Tendenzen so. Lü, 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 lü. Mh, besonders du. Du verstehst? Besonders du. Nee. Klar. Nein. Ach. Und so. Dann produziere ich AA. Braucht der denn auch was? Bestimmt. Wieso produzierst du mal AA? Du bist so ekelhaft, ehrlich. Nee. Nein. Der darf hier nicht dran geschlossen werden. Der muss hier hin. Irgendwas ist bei dir heute falsch. Bei mir ist immer alles richtig. Laber mal kein Mist. Mist produziere ich gleich. Laberst du immer nur Mist? Mist, Mist, Mist. Mist, Mist, Mist. Ich bin nicht mehr in das Boot, der immer misst. Misti kack. Misti kack. Misti kack. Misti kack. Misti kack. So. Puh. So, die Milch muss da hin. Die Milch muss in Transposer. Den, 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 den. König gibt es jetzt noch. Cool. Oh, oh. Dann machen wir jetzt ein K4, zwei K5. Zack. Gibt es jetzt da rein. Alles dazu klatschen. musste mit einem komischen system ich habe auch 40 50 der schwankt so komisch nicht gut der so rein pumpen richtig unten kriegt er nichts nach hinten darf er nichts raus haben gut dass er mal fleißig herstellt alles zur seite das sind ja okay ich verstehe ist klar nein den haben hast du den haben hast du mich auch vielleicht ehrlich du würdest gerade sagen den haben wir beide nein ich habe mir gerade nur einen ganzen stack von den mk5 dinge hergestellt das kostet was bestimmt super billig die dinge mk3 mk4 herstellen die logistik chassis dort mk5 und 4 muss ich erst mal mit basic herstellen von golden und eisen chipset ja ich sehe es und dann aus mk4 mit diamond chipset warum kräftest du dir nicht rein mit eisen und mit mit gold gibts ja auch ich mache es lieber mit chipset weil dann brauchst du nur die dia chipset herstellen ich brauche doch so süßes chipset von redstone kann ich mir so gut genug machen ja noch soviel du your meta noch hast bald hast du da auch nicht mehr viel von ich hab noch genug das hast du jetzt noch du weißt das auch und danach gehst du klauen ja wie immer so wie du nee ich nicht so ich hab doch die spawn eier zwei kühe hatte ich doch und sechs mal ja können wir mal schlafen gehen nö doch mach komm ich geh mal eben kurz schlafen ok nein ich lieg im bett ja schön für dich ich lieg im bett schön für dich du stehst ja unten im bett hin dann kannst du da mal schlafen ich hab doch unten im bett ja dann geh jetzt schlafen bitte nein doch geh mal eben schlafen mann ich will im hellen arbeiten dahinten sind mir zu viele monster oh ja jetzt komm schon mann keine moves du weißt ich kann den ganzen chat bei dir zumhumühlen ich weiß ich schlafe blblblblblblblblblblblblblblblblblk atherine okay das war fast Test ja okay jetzt ist gut ja okay ja ist ok Ah! ja hier kür kür das kann der mülleimer machen wir davon noch ein paar natürlich haben wir wieder kein eisen da ist milch das gar nicht 4.000 millibuckets von 4.000 millibuckets irgendwas ist doch falsch hier kommt dann machen wir mal ein kleines ritz noch ein bisschen gold brauchen da war noch was drin heute den eimer den jetzt hingetan ich verarschen was hat er jetzt hier gemacht knet habe ich an ich muss jetzt gerade nicht verstehen was der gemacht hat du verstehst so nie was kür kommt mir her und wurde ein rad ist das kann ich nicht hören ich glaube ich nehme mal meine zweite wollte gerne mal das portia das andere da weg im startgebiet das ist auch noch am startgebiet die löschen muss ich auch noch einmal flicken